Wir kommen zur Auflösung von unserem grossen Facebook-Wettbewerb mit der Frage, was in diesem riesigen Pettchen für eine Ursula war. Die einzige richtige Antwort ist von Claudio Vivarenko. Wir gratulieren ihm zu Freibier an einem Schlußbox Boys Gig. Die richtige Antwort auf die Frage war ein Foot Drum. Was ist ein Foot Drum? Das ist ein Foot Drum. Und Andi zeigt euch jetzt, was das macht. Das ist ein Foot Drum. Undi zeigt euch jetzt, was das macht. Was ist ein Feind? Ich finde euch jetzt nix. Was ist ein ein Thriss? Undi zeigt euch jetzt, wie viele Leute drüben. Die drübenstunde! Ach, ihr habt nicht die drübenstunde! Ich schätze euch jetzt, was ihr macht. Ihr habt es informiert. Musik 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 Musik